Denn wir spielen über die wichtigsten Sachen im Leben. Ein junger Mann hat sich verliebt in junge, schöne Frau, dadurch, wie sie tanzt. Darum empfehle ich euch alle, Bauch auf frische Luft zeigen, wie meine Freundin aus Ghana sagt mir beim Tanzen, wenn ich nicht denke, befreie Arsch. Dass ich auch euch erzähle, denn dieser Rhythm ist genial. Weltberühmte Komposition von Dikanda, Jakana! Weltberühmte Komposition von Dikanda, Jakana! Weltberühmte Komposition von Dikanda, Jakana! Musik Musik Música Quiero sentarte a ti Quiero sentarte a ti Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020